Ich stehe hier mit Michael Bautz am Stand der Friedrich-Lütze GmbH auf der SPS IPC Drives 2018. Herr Bautz, Sie sind Produktmanager Cabinet und verantworten das Airstream-Vertrahtungssystem im Hause Lütze. Sie haben die wesentlichen Vorteile des Systems in Ihrer Climb-Philosophie zusammengefasst. Der Begriff stammt vom englischen Verb to climb, also klettern. Was bedeutet das in Bezug auf die Airstream-Schaltschrank-Vertrahtung? Der Begriff Climb steht stellvertretend für Climb to Success, der Aufstieg zum Erfolg, den der Einsatz unseres Vertrahtungssystems Airstream mit sich bringt. Letztendlich wollten wir mit jedem Buchstaben des Wortes Climb die Vorteile dem Kunden näher bringen. Unter anderem steht zum Beispiel das C für Klimatisierung. Was bedeutet das konkret? Mit dem Airstream-Vertrahtungssystem hat man die Möglichkeit, ein besseres Klima allgemein in dem Schaltschrank zu erzeugen. Wir schaffen ein homogenes Klima in dem Schaltschrank. Das hat zur Folge, dass der Kunde eventuell ein kleineres Klimagerät einsetzen kann oder halt auch dadurch dann Instandhaltungskosten sparen kann und Energiekosten einsparen kann. Und welche Eigenschaft symbolisiert der nächste Buchstabe L? L steht für Longer Lifetime, für eine höhere Lebenszeit der Bauteile. Durch die gezielte Luftführung um den Rahmen herum habe ich auch noch die Möglichkeit, mit einem Airblower die ganzen Luftzirkulation zu optimieren und zu verstärken. Und wir haben sogenannte Airblades entwickelt, die punktuell die Luft nach vorne bringen können und dadurch dann auch punktuell Hotspots auflösen und die Komponenten schonen. Das hat wiederum zur Folge, dass wir natürlich weniger Wärmestress im Schaltschrank haben, ein homogenes Klima und natürlich die Maschinenausfälle deutlich reduzieren können. Womit wir beim I angekommen sind. Das I steht für Installation Time. Mit unserem Vertrahtungssystem haben wir versucht, auch im praktischen Bereich zu optimieren, dass der Kunde sich deutlich einfacher tut beim Umbauen, Umrüsten, dass man sich relativ einfach auch Kammsegmente austauschen kann mit einem Schraubenzieher. Dafür wurden spezielle Kämme entwickelt und letztendlich spart das natürlich Zeit. Und vor allem ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man halt beim Vertrahten bis zu 30 Prozent auch an Zeitersparnis haben kann. Der vorletzte Buchstabe im kleinen Alphabet wäre das M. M steht für More Space. Also das war der Ursprungsgedanke vom Vertrahtungssystem. Mittlerweile sind wir in der fünften Generation angelangt mit dem Airstream. Das große Ziel ist einfach gewesen damals, wie kann ich den Schaltschrank optimierter aufbauen. M hat versucht die Kabelkanäle wegzulassen. Dadurch wurde circa 30 Prozent mehr an Platz geschaffen in dem Schaltschrank, auf dem Vertrahtungsfeld, was dem Kunden natürlich einen riesen Vorteil gebracht hat. Und letztendlich kann man sagen, durch diese 30 Prozent Einsparung habe ich die Möglichkeit, entweder auf ein kleineres Feld zu gehen oder bei einem Reihenschrank sogar einen kompletten Schaltschrank zu eliminieren. Bleibt noch das B als letzte Buchstabe? Das B steht für Benefits. Alle Punkte zusammen sollen natürlich auch dem Kunden den höchstmöglichen Nutzen generieren. Also von der Reduzierung der Hotspots, höhere Lebenszeit der Komponenten, also ich habe weniger Maschinenausfälle, ich habe mit dem Airblow und den Airplates eine punktuelle Lüftung. Dann beim Vertrahten kann ich Zeit einsparen. Auch schon bei der Planung kann ich Zeit einsparen, weil der Rahmen kommt ja schon fix und fertig zum Kunden. Der kann direkt loslegen mit dem Vertrahten. Und ja, letztendlich der wichtigste Punkt ist einfach, wo kann man Geld einsparen und letztendlich auch im Klimamanagement nachhaltige Energie einsparen. Vielen Dank für die aufschlussreichen Einblicke in die Schaltschrankklimatisierung. Gerne. 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 Gerne.